Hallo und herzlich Willkommen bei Park & Gamers den Park & Gamers So, ja, mit Miss Murder geht's weiter Wir haben auch mal geguckt, ob man das auf Mittel ändern können bei ihm, aber das wird leider nichts Jetzt können wir beide Gitarre nehmen, oder? Nee, können wir nicht Doch, dann versuch's einfach mal... Ach, Mann! Warte, ich kann's drücken Ja, jetzt nehmen wir mal Gitarre Und wir drücken einfach mal... Ja, jetzt bist du klar Ja, 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 ja Ich muss ja mal wieder mal die Bassrolle übernehmen Ja, erstmal Prost, ne? Ja, das haben wir ja gar nicht Ja, komm, schaff noch Bing Ja, kluck, 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 kluck Ja, so Und weiter geht's Ja, perfektes Timing Ja, würde ich mal so sagen, ne? Auf jeden Fall Ich wieder mit der Chinesin Ich verkack's erstmal Oh, was ist denn das bitte? Obwohl, das hängt ja auch irgendwo her Radio? Was? Radio? Nein! Ja, ich glaub schon So Ja, Star Power bereit Ja, Star Power bereit Reaktiviert, Mann Okay, was in mir geht's eigentlich? Ich will auch mit dem Spiel Du musst dich nur einfach nehmen Hey Alter Toll Dann hab ich nicht wieder derjen, der alles draus holen muss Nein, ich glaub eher andersrum Ey, leicht ist einfach Ach was Ich glaub ich hab 100% Dank, wenn wir hier fertig sind oder auch nicht Ja Ja Als Lied ist bekannt, Volker Ja Ich hätte ja gesagt, dass Hessen ist Murder Aber hör, ich weiß nicht wie ich drauf komm Ach, jetzt hast du es gecheckt, ne? Ja, ja, ja Oh, weiter Ja, ich muss mich konzentrieren, damit ich nicht hinfahle wie du Ich fähle nicht rum Ich fähle nicht rum Okay, das war grad so ein weiter mit dem gesagt Was? Ja, ich habe den Echlinger vergessen Fünfzig Fahrer Noten, ne? Fünfzig Fahrer Noten, ne? Ich zieh die Gitarre doch schon bis zum Fenster hoch Irgendwann riechst du doch raus, ne? Ja, ja Ja, ist doch so cool Ja, lass hau mal jetzt rein, du BWAM Hau in die Kasten rein bis raus, gucken Jaaaa BWAM Der war gut Ja, das nicht Nein, ich meine Stimmung Achso Oh, die passen weg, ja Die müssen noch mit Leider hier Oh mein Gott, das Ding wie Kor Ich will das nicht mehr Ich will das nicht mehr Kann das weg, kann das weg, kann das weg Ich will niemand diskriminieren, aber ich mag die Musik einfach nicht Es geht nicht! Buah, nein! Da muss der rein Ba, ge Ba, 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 da Deshalb bin ich mitमot oder auf die schlimmsten Schwierigkeiten, aber mit dem anybody überhaupt nicht. Ich treffe den nicht kaum. Was jetzt? Den roten. Alle anderen fällt perfekt. Also fast perfekt. Nee, das ist der blaue, den ich nicht krieg. Ja, du hast ja den blauen. Nein, ich meine, wenn ich es schmitte. Nicht schlimm. Ja, immerhin haben wir es halt hingekriegt, ne? Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hab nichts gegen die Leute selbst, die Chor hören, aber ich hab was gegen die Leute, die Chor hören. Nee, ich hab was gegen die Musik, also echt. Ja, das ist wieder eine Zugehabe. Ja, natürlich, haben wir eine Zugehabe. Ja, wenn wir mehr Geld kriegen, ne? Ja, dafür kriegen wir noch einen Sponsor. Auf jeden Fall. Prost, bevor wir es wieder schaffen. Reptilia. Hört sich schon mal nicht schlecht an, der Anfang. Ja. Und die Schiffe im Hintergrund, das sind auch gar nichts. Ich schau mal, es geht jetzt irgendwie, ey, Storm oder das Rochebagel. Nee, ich glaub nicht, so ist das Rochebagel. Der Anfang war schön. Ja, das ist gut, aber cool ist das. Mensch, das ist ja richtig kompliziert hier. Also noch. Alter, wir brauchen keine Bude, du. Ey, das ist einfach, zu spielen. Ja, aber warten wir mal ab, das ist bestimmt noch richtig böse. Ja, fail, siehste, wird schon los. Ja, man darf davon nicht reden, vielleicht mal so. Guck mal, ich kann genug reden davon, in der Frage. Nein, ich meine, wenn man sagen, wir failen nicht. Achso, wir gehen, ja. Ne, weiß ich nicht. Was zur Hölle ist das denn bitte? Da wird ja der Hippie vom vorhin dazu passen. Ja. Scheiße, wieso muss ich die Chinesen mit? Weil du auf Manga vorhin noch stehst. Auf jeden Fall. Verrate doch mit meinen Hobbys hier immer zu. Ja, verrate so viel von uns. Wenn das meine Freundin rauskriegt. Ja, ja. Was mit 20 Jahren, 20 Jahren, 20 Jahren noch sagen. Da bin ich eben 1,80, da bin ich 1,60. 1,60 ist tief im Boden. Bin ich dann so groß wie du? Ey, das finde ich das nicht. Du könntest, wenn mich noch wieder lieb. Ja, ich dritte. Ich zieh so nach oben. Es geht nicht. Boah, perfekt. Oh, so gut gemacht, du. Ich werde langsam gut. Ja, ja. Ah, der hat sehr lange gehalten, würde ich nur sagen. Oh, der hat sehr lange gehalten, würde ich mal sagen. Oh, der hat Anruf wollte allein. Das klingt so häufig wie Piraten, ne? Oh, der hat nicht mal so behaupten. Aber der Anfang hat sich gut angehört. Wie gesagt. Ja, ich fand ihn auch schon auf Division of Bottom, auch wenn das so richtig fail wird. Also fail vom fail, zum feinsten fail. Aber hey, das wird sich lohnen, weil das nicht so geil ist. Aber das vielleicht ein paar öfter. Wäre nicht schlecht. Ja, aber den hat Schwankes rausgekriegt, ne? Das heißt, beim letzten Mal im Re-Life versuchte ich mit was, ich bin sofort mal ein Spiel sein. Ich hab besser gespielt, als je zuvor. Ich hab euch jeden Ton perfekt getroffen. Das ist wirklich ein Phänomen. Das ist immer... Ah, ich bin ein Spiel drin, scheiße. Ich weiß auch, warum die ganzen, äh, die Leute auf dem Konzerten nur Bier trinken beim Konzerten. Die Lieder werden immer besser, zum Schluss. Ja, gut, kommt drauf an. Wenn du zugesoffen bist, die Bühne zerstörst, ist natürlich schlecht, ne? Ja, hab dich alle schon durch. Also nicht selbst, aber... Ich hab's doch schon gesehen, wie er die Bühne zerstört hat. Und dann konnten sie ja schlecht weiterspielen, ne? Oder ins Schlagzeug geflogen ist. Im Publikum? Nein. Schade. Der Sänger. Ach, der Sänger ist geflogen. Ja, ja. In schnackt. Ja. Da ist ein Teufel dann. Punkte sammeln. Ach, verkackt. Ja, ja. Letzten Ton war ganz mal top. Ist mal top. Ja, ja, für eine Wiedergabe, äh, Zugabe. Ja, das hat's gelohnt. Wiedergabe. Prost. Immerhin, wir schaffen immer drei Sterne. Ja, und ich bin auf dem Titelblatt, ja? Ja, warum immer du eigentlich, Loni? Ja, ich... Ich werde besser sein, ne? Ja. So, wir sehen uns für nächstes Mal. Macht's gut. Wieder ein Sponsor. Wieder ein Sponsor. Line 6. Und wir haben ein Neu Verstärker bekommen. Keine Sache. Also, die schauen wir uns für nächstes Mal an und macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.